Das stärkste deutsche Drohblays bei der 8. Ausgabe des World Cup of Darts zum Angriff auf den ersten Titel Max Hoppe befindet sich nach dem ersten Turniersieg eines deutschen Darters in Bestform, sein Partner Martin Schindler strotzt vor Selbstvertrauen, es muss vieles zusammenpassen. Wenn wir an unser Limit kommen, ist das Halbfinale, vielleicht sogar das Finale möglich, sagte Schindler. Sport1 zeigt den Finaltag der Team-WM am kommenden Sonntag, 3. Juni, live im FreeTV ab 16,15 Uhr stehen die Viertelfinals auf dem Programm, ab 20,15 Uhr geht es mit den Halbfinals und dem Finale in die entscheidende Phase. Die Live-Übertragungen begleitet Kommentator Franz Büchner, der diesmal den Darts-Kanner Gordon Shumway als Experten an seiner Seite begrüßt. Shumway ist seit über 30 Jahren als Spieler, Color und Master of Ceremony in der Sportart zu Hause und durch seine Tätigkeit gut mit den Topstars Raymond van Barneveld und Phil Taylor befreundet. Der gebürtige Darmstädter gilt als Deutschlands Master-Color und hat das Buch, 111 Gründe, Darts zu lieben, geschrieben. Darts live auf der ZN, jetzt kostenlosen Testmonat sichern, Hopp dürfen niemanden unterschätzen, Top-Favorit ist Deutschland nicht. Im Viertelfinale würden wir wohl auf die Niederlande mit Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld treffen. Aber wir dürfen auch vorher niemanden unterschätzen, mahnte Hopp. Deutschland bestreitet sein Auftaktmatch am Freitag gegen Schweden. Gespielt wird in der Kurzdistanz Best of Nine Legs. Hopp ist der erste Deutsche, der ein Profiturnier der PDC gewonnen hat. Mitte April triumphierte er bei der German Open in Saarbrücken, bezwang dabei unter anderem Weltmeister Rob Cross England. Kein Wunder, dass der 21-Jährige auf den gemeinsamen Auftritt mit Kumpel Schindler brennt. Wir kennen uns gut, wir mögen uns, wir spielen zur Zeit beide gute Darts, sagte der Maximiser. Service, alle Teams im Überblick, ausverkauftes Haus in Frankfurt und auch die Zuschauer sind heiß auf die deutschen Data, die Wochenend-Sessions in der Frankfurter Eissporthalle sind bereits ausverkauft. Die Unterstützung für uns wird grandios, darauf freue ich mich riesig, schwärmte Hopp voller Vorfreude. Im letzten Jahr hieß das deutsche Duo erstmals Hopp Schindler und spielte sich zumindest bis ins Viertelfinale vor. Dort scheiterte Deutschland am späteren Turnier Sieger Niederlande, ein Szenario, das sich wiederholen könnte. Denn auch bei der ab Donnerstag startenden Team-WM geht der Titelverteidiger und dreimalige Sieger mit dem eine spielten Duo Van Gerwin und Van Barne wählt wieder als Top-Favorit auf die Bühne. Nach dem Karriereende von Darts-Legende Phil Taylor und dem Form-Tief von Adrian Lewis geht Rekordsieger England diesmal mit einem Neuzugang auf die Bühne. An der Seite von Dave Chisnell ist erstmals der amtierende Weltmeister Rob Cross mit dabei. Auf dem Weg zum erhofften fünften Titel bei der Team-WM bekommt es England in der ersten Runde mit Tschechien zu tun. China mit Frauen Pover das topgesetzte schottische Duo um Peter Wehreit und Gary Anderson spielt zum Auftakt gegen die USA. Die beiden Österreicher Mensur Zujovic und Zoran Lerchenbacher treffen in Runde 1 auf Japan. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr auch China, denn mit Mamo Zetao tritt zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs eine Frau an. Zetao ist mit ihrem Partner Xiao Chenzong in der ersten Runde gegen die Schweiz nicht chancenlos, doch auch Überraschungen haben beim World Cup durchaus Tradition. 2017 scheiterten die haushoch favorisierten Schotten schon in der ersten Runde an Singapur. Eine ähnliche Schmach wollen Hopp und Schindler am Freitag tunlichst vermeiden. Alle Paarungen der 2018 German Dats Masters im Überblick 1 Runde 1 Schottland, USA, Dänemark, Brasilien 8 Österreich, Japan, Italien, Kanada 5 Wales, Thailand, Schweiz, China 4 Australien, Hongkong, Russland, Spanien 2 England, Tschechien, Neuseeland, Singapur 7 Belgien, Irland, Griechenland, Finnland 6 Nordirland, Polen, Schweden, Deutschland 3 Niederlande, Gibraltar, Ungarn, Südafrika Musik Musik